So, dann, ich bin wieder unterwegs mit Ladebildschirmen. Ich finde die Ladebildschirmen hier ganz, ganz niedlich. Immer gleich. Ja, ich bin glatt nochmal hier hinten in die andere Richtung, glaub mal, ob ich da noch Erz finde, aber es... Laufen mal hier hoch, hm? Oder rechts. Erstmal hier hin. Dann gucken, äh, ich finde da, weil da ein Gegner ist, der sieht so einladend aus. Hat keine Pfeile, glaub ich, gehabt. Geizkragen! Wust. So, was haben wir denn hier oben? Nichts. Ups, oh, oh, oh! Ich glaub, ich bin zu weit gelaufen. Äh, da kommen zwei und ich berenne. Drei. Den einen Magier haben wir gleich down. Komm, den haben wir gleich. Heilig. Ich bin dabei. Wie die ist, dass wir den hier umkriegen. Und schon der nächste. Ja, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Zurück. Weg. 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 Nein! Da liege ich. Weg. Ich lauf zum Eingang zurück. Da scheint der Angst zu sein. Leuchtet zumindest. äh, oder auch nicht nein, ich wollte da nicht rein wir sind jetzt wieder zurück, ja? nein okay, dann warte ich hier irgendwo ist auch auf der Karte eigentlich so ein scheiß Anke oder so oh, man muss nur wieder reingehen, dann ist man schon wieder am Leben schön, dann komme ich direkt wieder raus also muss man nur die Karte hier wechseln? das ist eigentlich nicht so gut wie eine Anke jo, dann, ich bin wieder unterwegs mit Ladebütsch ich finde die Ladebütschirme hier ganz, ganz niedlich immer gleich ich muss laufen, ich habe beide jetzt wieder am Hintergrund so, und dann gehst du, äh, angeschlagen aus der raus also kommst erst mal tot durch bis dann angeschlagen und jetzt bin ich wieder voll geheilt äh, und mir geht's dupi dupi so, nur eins komm her, hier ich bin sowas von kalt, alter so so, oben steht noch einer ja, da so ich muss erst mal heilen hier ja, finde ich auch achso, die Gehe... äh, die Gelingenst? ne so, einmal mir Licht hier draußen funktioniert meine Nachtsicht wieder ok ich bin nur dort drin und da kommt das irgendwie mit der Beleuchtung, klar wird's dann nur dunkler dann wollen wir mal weiter gar nicht, weil's Nachtsicht ist und nicht Tunnelsicht ist aber auch dunkel ich habe auch erwartet, dass ich dadurch besser sehen kann, aber war halt nicht der Fall ach, schon wieder respawnen hier, ich werd bekloppt da hinten rinnt der andere Späne ja, nach dem Blick kann man ja auch respawnen ey, das ist hier wirklich wie, äh wie endlos farm wieder, es ist man kommt nicht voran ich glaub, wir müssen die näher ranlocken, sonst ziehen wir immer die, die dahinter stehen noch mit an da ist ihm jetzt schon wieder, noch einer der ja, dann lock ihn nochmal äh, ich werd grad auch schon wieder von irgendwas anderem getroffen und muss ja, uns ist einer ich glaub, hierfür sind wir noch nicht gut genug, weil die spawnen einfach zu schnell wo ist denn hier der Typ hier hin, den hatten wir doch auch noch eben oh, guck dir mal, der ganze Wald, alles ist voll mit, nur mit Skeletten oh du respawn nee, den hast du gebrüllt nee, der ist hier aufgetaucht, der hinter dir, der, ach, der Schütze hier so den meinst du? ja hehehe, der sieht ja lustig aus und jetzt haut er ab, siehst du das? ich bin doch verrückt hier nix mit weglaufen hier aber die geben nicht mehr als alle anderen da kommt schon wieder einer ja, ich muss mich aber trotzdem heilen, wir müssen... ja, ich auch, lass uns weg hier, das ist einfach... der respawn ist zu krass für uns es ist einfach nur langweilig gut, wenn man farmen will, eine Sache, aber... lassen sie in die andere Richtung mal gehen aber für mich ist es... der respawn halt zu krass, denn... die an laut hinter mir sind und mich angreifen äh, du verschießt ja nur die Pfeile also das ist kein Durchgang hier ja oh, guck mal, ein zerschelltes Boot mit Fass hier da war bestimmt Wein drin deswegen ist das Boot zerschellt, ja woher waren sie betrunken? das ist ja doch ich glaub, wir sind gleich hier am Kartenrand jup gehen wir zum verbotenen Tal zurück läufst du da aufm Wasser? Sache Stelle gesucht ach so vom Weiten sah das echt aus, als wenn du um... äh... aufm Wasser so läufst, so ja ach, genial, du bist schon drin? ja ok ich muss dann mal kurz mit dem Feuer hinter und hinterher ach, hier, jetzt konnte ich mich nicht mehr bewegen jetzt musste ich entscheiden, ob ich folgen oder nicht wollte, ne jetzt hab ich folgen angeklickt und der tut nichts was ist das für scheiße, ey da kriegt man unbemerkt dann einfach weiter Feuer in den Hintern blöde Magier ist schon wieder gespawnt ja hat echt... die Respawn-Rate ist dort sehr sehr niedrig also das geht sehr schnell alles da wir sind doch hoch ja ich glaub der Geist ist da unten noch ja, wir müssen schnell wieder zurück hier, äh, so runter und hier zurück so, zack dann halten wir uns lieber wieder hier in den Tunneln auf es ist total, äh, dunkel und doof und so, aber... okay, ursprünglich kommen wir von... hier ach ja? ja ich wollte nur nochmal gucken, dass wir auch nichts übersehen haben siehst du? super ein Neststollen bam 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 ich wusste es sehr gut jetzt einen Eingang ja man muss nur immer hin und her laufen so, oh, jetzt ist das Licht wieder aus natürlich wo bist du da? warte, ich geb dir wieder Licht so ja bitte, bitte so, dann gucken wir mal, ähm hm das müsste eine Sackgasse sein, ja 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 was ist das hier? Kanalisation, ja dann lass uns mal da reingehen ich stelle mir da jetzt so kleine Ratten und sowas vor wie bei, ähm, Ultimo Online äh, da hab ich starke Zweifel dran meeeeeee find ich jetzt aber doof das wird bestimmt irgendwas größeres sein find ich immer noch doof ja ups, guck an die Decke liegt das noch an? ja gut oh, oh oh oh, oh Schleim oder irgendwas ja, Schleim oh, jetzt bin ich auch rausgezogen worden, äh, nach Windows aber das ist... ja ich hab den mal in Brand gesetzt guck mal, wie lustig das aussieht oh nein, es haben sich geteilt oh nein das kenne ich irgendwoher, das ist gar nicht gut nochmal geteilt ich werd bekloppt auf welchen Schleim soll man denn hier gehen? oh mein Gott oh mein Gott ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was treffe ein haben wir so lange kann ich jetzt Tänken nicht mehr fungieren es wäre nicht schlecht wenn du jetzt was machst ja schießen lauf ja, wohin denn? mal hin und her ok ich bin nicht schlecht wenn du jetzt was machst, als ob ich die ganze Zeit mit ihm rumstehen würde es war eigentlich nur Spaß wo sind sie denn hin? weg jetzt bin ich verwirrt ja und wo ist der Loot? ich wollte sich rumdrehen, sonst halt sie nicht ich hör glaub ich schon wieder was ich hör glaub ich schon wieder was ich hör glaub ich schon wieder was eine Mauer dann werden wir sie doch mal direkt wieder einhauen oh mein Gott boah immer dieser laute Knall das ist sowas von unnötig ne stimmt doch ok sieht wie ein kleiner Sackgassenroße aus Analisation oh immer das Ding doch hm wir können die nächste Woche auch kaputt machen oder das war's hier schon äh das war's ich an das oh 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 ey ich hoffe das ist keine tragende Wand irgendwann wenn dann alles auf uns ein dieser rieselt hier, das kommt nicht so gut ich find das nicht so witzig oh das sieht schon interessant aus das ist nämlich ein Asterix und Obelix Geist, 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 Geist brauchst du gar nicht weitermachen was ist wenn ich den von hier aus beschiesse? ja auch ziemlich fies, oder? aber äh, ja dafür sind wir noch nicht stark genug auf jeden Fall sehr interessant die Gegend hier aber, hm hochstoffenmäßig ist mau also würd ich sagen es ist nicht so reizvoll für uns, oder? ne, also ich denke schon dass es interessant ist, aber äh ich glaub da müssen wir erst noch ein bisschen für üben oder wir brauchen noch drittspieler sonst ist es einfach zu heftig weil wir müssen erstmal gucken dass wir die Handwerkssachen hochkriegen damit wir uns richtige Klamotten machen können oder das, aber dafür müssen wir dann in den Noob-Gebiet erstmal fahren ja, auf jeden Fall dann würde ich sagen auf zurück nach Solstädt äh ich fühl mir der Nase lang guck nochmal eben was hier sonst noch gefällt oh, guck mal, hier geht's nach oben ja, das ist das, äh, das ist raus ah, ok war einmal rum gewesen schon ja also man kommt von hier aus in diese beiden anderen Gebiete rein ja, es können glaub ich noch mehr Gebiete sein wir haben nämlich die eine Abzweigung haben wir nicht mitgemacht, aber äh, ja müssen wir jetzt auch nicht ich denke wir haben gezeigt dass es hier was interessantes zu sehen gibt auf jeden Fall, machst du nur rum? die dafür zu schwach sind, ja auf jeden Fall, wenn man hier gut ist und farmen will kann man hier auf jeden Fall reingehen hier lohnt es sich mit den Skeletten zumindest können wir hier jetzt noch die Kristalle mitnehmen die Edelsteine ja, wir können hier kurz mal uns vollpacken und dann zurücklaufen dann ja, okay oh, hier schon Kristall hier schon Kristall und dann gleich erstmal hier ja, ne, brauchen wir vorher nicht verkaufen beim rausgehen mach ich das mein Schwert ist auch schon, äh, leicht beschädigt aber ich hab glaub ich ein Heil-Dingens-Mitarbeit was ist das, ein Schwert? jo ok okay ba 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 auf der kommt gleich direkt wieder in ganz der Horde ach du stehst schon bereit, okay dann schieß einfach mal vorsichtig einen an und dann zurück oh, zwei, drei ja, das Anlocken geht hier also nicht anscheinend hat man mich aus allen Richtungen geschossen, um die anzulocken ok, gut also das Anlocken funktioniert nicht, hab ich das Gefühl was sagst du? also, so zumindest nicht schade schade das mochte ich immer so gut, äh, bei Ultima Online da haben sie das richtig geil gemacht gehabt damals so ist hier halt so Ketten-Effekt aus, ne? weil der eine folgt dem anderen und, naja super, wenn die auf dich gehen, dann ist der locker weg locker weg stecken es geht so, gerade so da war es doch nicht mal halb runter dafür musste ich auch viel trainieren da ist noch einer ich hätte ihn komplett zersägt da ist ein Kristaller ok, vorsicht, da waren hier noch mehr ach, der Große, ja das heil ich dich noch ein bisschen das ist nett, danke aber noch einen weiten Weg mit den ganzen Skills und so das ist der Hammer zu dem was sie vorher hatten mit denen immer nur 10 und jetzt 20 und 40 äh, bei der Erweiterung das ist echt krass einmal aufgehoben, das hä? ich habe vorsehentlich so einen Eimer aufgehoben ich dachte man könnte den, ähm achso, nein zerstören um dann irgendwas interessantes da rauszukriegen aber man kann den nur aufheben der Eimer muss ich nicht mehr oh, jetzt sind wir schon hier warte ich will Action komm her ich will Action komm her schön, dass alles auf dich ist und ich in Ruhe jetzt kämpfen kann komm her komm her komm her komm her komm her hier ist der Erz hier, Sekunde das ist echt schwierig, wenn die Leichen so fast komplett irgendwo so weg sind das dann überhaupt zu finden oder zu bekommen, die Leichen Reste und so ne Die zu plündern, ey, das ist echt nervig. Du musst wieder hinter mir her. Ja. Die kommt auch hoch hinterher. Okay, ist bei mir. 15 Gold, ey, das ist der Wahnsinn. Für eine Truhe ist das echt irre. So viel. Weiß man gar nicht, wohin damit. Ah, jetzt muss ich die 188 wieder. Will ich alles sehen. Ja, ich würde aber jetzt erst mal in der Folge Schluss machen. Also mit der Folge Schluss machen. Ihr seht dann, wenn wir wieder in Zollstedt sind und ein bisschen unsere Skills und so weiter erweitert haben, damit überhaupt mal wieder was Interessantes kommt. Falls ich noch nichts erst mal wieder habe, seht in der Uploadliste... Oh, fehlgeschlagen. Ich habe eine neue Uploadliste bei YouTube. Einfach gucken, wann die nächste Folge von Zota eventuell kommt. Ansonsten, ich habe andere Projekte, die zeitgleich noch laufen. Guckt einfach mal dort vorbei. Und dann lasst einen Daumen da. Ein Abo auch immer wieder gern. Dann seht ihr immer, wann das aktuellste Video wieder kommt. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.